Ich weiß irgendwie, wie man vielleicht mittlerweile mitbekommen hat. Und ja, es wurde sehr oft gejagt an Elefanten und so. Und schade um die Elefanten, aber... Weil das krasseste ist, diese Hörner, die sind ja durchblutet. Die, ähm... Ah, die Schädel von denen, warte mal, hatten die? Weil das ist nämlich das Interessante. Die Hörner, die sind Teil des... Moment mal, das ist blau. Oder? Ja, das ist blau, verdammt. Okay, ins Reich der Toten muss ich dann, derwege, irgendwann später. Ba, 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 beim Händler Wulgrim gegen besondere Waren eingetauscht. Ja, ist klar. Ich bin mir sicher, dass Wulgrim den Schlüssel hat. Und er wird sich nicht so leicht von ihm trennen. Ah, Moment. Da ist ja was. Wundervoll. Ich finde, die müßliche Steinbissen. Also, jetzt weiß ich schon mal, wo ich noch so ein Ding finden kann. So, wir werden trotzdem nochmal speichern. Ich will schon noch irgendwie in diese dämliche Zitadelle da rein. beziehungsweise diesen Vorposten da. Alter. Uh, da ist was. Ah, sogar ein Buch der... Buch der Seiten der Toten. Eine Seite des Buchs der Toten. Gott, ey, was ist denn heute los? Der Wurzsalat. Vom Feinsten. Das scheint mir auch noch irgendwas Besonderes zu sein, hä? Da wird doch irgendein Portal oder sowas rauskommen. Oder ist es nur zur Optik? Ist es nur zur Optik? Klasse. Wie weit kann ich eigentlich hier mit dem Pferd hier reinreiten, bis ich... Ja, genau, bis zum Eingang. Ich habe so ein Gefühl, dass mir gleich irgendein Engel das Spiel vermasselt. Ähm. Na, super. Und die greifen natürlich instant an. Alter. Ohne zu sagen, hey, Junge, rück dich mal oder so. Oder dreh wieder um. Nee. Nicht ist. So. Und nochmal einer weg. Bäm. Und nochmal. Hoppala. So, und wieder einer. Das Ding nochmal. Hoppala. Und zack, geht weg. Und nochmal, weil sich immer aufladen und jumpen. So. Noch ein paar Engel da. Na, kommt ein Oberengel ab einem gewissen Punkt. Oh, da kommt ein Oberengel. Ich hoffe, der kommt mir zu Hilfe. Ja, der hat weiße Flügel. Scheint so. Wieso zu mir? Ich komme ganz gut alleine, klar. Oder willst du hier die Erfahrung für dich haben hier? Ja, wenn es um Erfahrung geht, ne? Dann, dann, dann. Das kenne ich nicht. Zack. Der Entflügler. Der ist meine. Ha, ja. Und nochmal. So schön. Hoppala. So, weil sie macht die Sense von mir echt nicht so viel Schaden. Komm schon. Zack. So kriege ich denn die nicht. Komm schon. Komm jetzt auf den Boden. Dort hat Sachen hier, du dämlicher Engel, du. Und zack. Und nochmal. Und nochmal. Bum. Boom. Die Glüfe fest. Glüfe, Glüfe. Scheiße. Ich muss wirklich nur noch bis zu dem Ort machen, Alter. Heute ist sowas von da oben drin. Oh, oh. So. Holen wir uns mal wieder unseren Parkrähen. Unsere Parkrähen, sie zu bemühen. Nein. So. Brauchen wir wieder ein bisschen mehr Leben von hier. Hoppala. So. Hopp. Oh, 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 oh. Nicht cool. Oh, scheiße. Ich wusste es doch. Ich wollte gerade noch einen Heiltrank benutzen. Was ist? Ich hätte lieber auf Tab drücken können. Mann, 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 Mann. Na gut. Ich meine, ich habe jetzt eigentlich zuletzt... Ja, natürlich. Kurz bevor es überhaupt losgeht. Mal, mal, mal noch fix hier alles reinsetzen. Und zack. Hoffentlich kann man es überspringen. Komm schon. Selber Kampf wie vorher. Die hätten doch da einen Zwischenspeicherstand machen können. Das wäre toll gewesen. Okay, der Ausweichmove, da war der wegen doch ganz schön schlecht. Fast schon. Hallo, du sollst ihn angreifen. Und nicht um ihn herumschlagen. Hallo. Nein. Alle Gegner müssen schwimmen. Hallo. Jetzt. Nochmal eins drauf. Zack. So. Nochmal eins. Und noch einer weg. Auf Bodener Tatsachen mit dir, mein Freund. Und nochmal, weil zu Schimmer. Gut. Gegner da. Jetzt kommt die schöne Zwischensequenz. Ah. Überspringen. Fortsetzen. Ah. Jetzt holen wir uns erstmal kurz alle möglichen. Und dann noch die hier. Vielleicht kriege ich Sinn, irgendjemanden von denen zu exekutieren. Aber ich glaube... Oh, shit, 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 shit. Dazu ist die Exekutionschance zu gering. Weil man braucht nicht dagegen eine gewisse Chance, damit das Ganze funktioniert. Man sollte wirklich auf Exekutionschance gehen. Aber dummerweise kann man das ja nicht vereinflusst großartig. Wow. Uh. Wunderbar. Aufheil. Auwei, auwei. Der Hund ja wegen ganz schön was raus hier. So nach mir aus Engeln ist... Boah. So nerven. Ah, hier war jemand. Hier war jemand. Exekutieren und voll heil. Bestes Feature hier in dem Spiel mittlerweile. Vor allem, wenn man sich gegen einen Haufen von Mega-Gegnern kämpfen muss. So, wo ist jetzt der Aegis? Oh oh, das wollte ich jetzt nicht. Super. Hab ausgesehen, so einen Trank benutzt. Ich wollte das doch nicht. Uh, ne, das sah aus wie Exekution. Ah, ne, ist auch ein verdobener Engel. Das sah aus wie der Große. Und auf dem Boden mit dir. Hoppala. Das sollte immer bei dem Großen bleiben, damit ich im Notfall noch ein bisschen den Hintern nicht gerettet bekomme. So, und wieder das Schild. Nochmal. Wie lange dauert denn der Kampf bitte? Das kann ja nicht so... Das kann ja nicht so lange dauern. Alter. Ich muss erst mal da Reihe nach alle Niedermähen mit meiner Sensor hier. Hatte mich grad gekillst, die Elf? Ah, ne. Hier kommt zum Hochheilen. Ich muss jetzt der Letzte gewesen sein hier, oder? Müsste. Ja, war auch. Willkommen in Ödlicht, Reiter. Ja, hallo. Von Krieger zu Krieger. Kenne ich dich? Ich bin Nathaniel. Ich kämpfte bei den Toren von Eden an deiner Seite. Ohne deine Klingen wäre ich gestorben. Oh. Aber es grämt mich nicht, dass du dich nicht an mich erinnerst. Deine Gedanken waren an diesem Tag bei der Tötung der Neffelig. Anscheinend. Du gehörst zur Höllenwache. Früher einmal. Doch jetzt bewache ich das Licht. Und den Archon. Wer ist der Arkan? Beide findest du im Kristalltom. Ah. Doch etwas sagt mir, dass du nicht hier bist, um die Ausstrahlung meines Meisters zu rüben. Nicht wirklich. Was hat mich verraten? Der Schlüssel. Ich suche nach einem Schlüssel. Ich nehme an, dass es kein einfacher Schlüssel ist, den du suchst. Überhaupt nicht. Daher solltest du den Archon konsultieren. Na, super. Von der Spitze seines Turms sieht er viel. Aber nicht alles. Wie kommt es, dass du die Höllenwache verlassen hast? Aber Don schickte mich hierher, um den Kristallturm zu bewachen. Und den Archon. Es steht viel auf dem Spiel, sollte der Turm fallen. Und das Reich? Was ist das für ein Ort? Ein Außenposten. Wir nennen ihn ödlich. Nur ein Außenposten. Denn wir haben einiges in der Weißen Stadt zurückgelassen. Hier sind wir näher an der Finsternis. Na gut, der Archon. Wer ist das? Lucien ist das Oberhaupt des Kryptoriums. Jetzt heißt er auch noch Lucien. Na super. Den Engel, die alles niederschreiben, was er sieht, wenn er in den Schatten blickt. In der Elfenbein-Zitadelle werden ihre Aufzeichnungen aufbewahrt. Ein Archiv jenseits aller Vorstellungskraft. Wo ist diese Zitadelle? Verloren hinter dem Nebel. Bete, dass deine Angelegenheiten dich niemals dorthin führen. Okay. Ich habe einige Dinge zu erledigen. Der Archon ist in dieser Richtung, Reiter. Super. Vielleicht bin ich in anderer Angelegenheit hier. Aber nur vielleicht. Wenn diese Angelegenheit dich zum Reich der Toten führt, ihnst du dem Licht, um diese Schriftrolle zu überbringen. Was ist das jetzt? Nathanias Schriftrolle. Von der Höllenwacht. Ba, ba, ba. Hat dir diese... Vor allem ist der jetzt auf einmal der Höllenwacht. Ich dachte, der ist nicht bei der Höllenwache. Hat dir diese geheimnisvolle Schriftrolle gegeben. Reise zu den anderen Reichen, um mehr über denjenigen herauszufinden, der darauf genannt wird. Und welche Angelegenheit führt dich in das Land der Leichnamen? Ich suche einen alten Freund. Eine verlorene Seele. Welchen besseren Ort gibt es, um nach ihm zu suchen? Bring diese Schriftrolle zum Hof der Untoten, damit sie mir meine Frage beantworten. Wird gemacht. Ich habe entschieden. Es gibt noch mehr, was ich dir verkaufen kann. Ah, super. Und was haben wir denn hier? Also, eine neue Waffe. Ganz weit unten. Naja, Klaue, unervolle Keule. Ja, 402 kritischer Schaden. Zorn bei kritischem Treffer. Nice. Und die kritische Chance ist auch um 50% erhöht. Das ist auch mal ganz nett. Kritischer Schaden ist höher. Gesundheit bei kritischem Treffer. Aber der kritische Treffer-Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so hoch. Aber besser ist die nicht wirklich, als die, den ich habe. Der verzauberte Hammer gibt es auch noch. Jetzt sind die Waffen alle so bei ungefähr so 400 Schaden oder so. Ja. Durch die Bank weg. Wird mal gerne wissen, was ich derzeit für eine Sense angelegt habe. Weil ich habe das... Der Schaden hier ist immer höher als das, was ich gerade dran habe. Muss ich gleich mal gucken hier. Finde den einen. Ja, ja, ja. Finde den einen. Den einen, den einen oder keinen. 136. Okay, ist jetzt nicht so die Welt. Aber trotzdem. Es heilt mich. Und gerade das ist der Grund, warum man diese Dinge benutzt. Äh, ja. Moment. 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 Finde den einen. Ähm. Die Sense will ich nicht verbessern. Was ich verbessern will ist... Eigentlich will ich die Armklingen auch nicht verbessern. Die sind scheiße. Finde den einen, der den Thron bewacht. Aber egal. Ich habe einen neuen Gegenstand bekommen. Jetzt die Frage. Wo finde ich diesen Gegenstand? Der muss doch irgendwo... Hier. Geschenk von Anonym. Was ist das denn? Level 2. Wurde für dich freigeschalten, damit du deine Reise zum bestehender Feuerprobe fortsetzen kannst. Dreistein. Was für ein Level 2? Ich check's nicht. Was sagen wir denn? Der Herrscher. Ein Herrscher wird geboren, um zu herrschen. Es liegt in seinem Blut mit seinem Wissen gewisst... Hm. Also. Mit seinem... Da war ein Punkt nach dem Blut. Mit seinem Wissen gewinnst du früh Zuversicht. Dies und mehr hast du gewonnen. Beherrsche deine Feinde. Weitere Herausforderungen sind in der Feuerprobe freigeschaltet worden. Super. Ich hoffe, es sind weitere Arten. Aber nicht nur eine einzige. So, jetzt gucken wir aber trotzdem mal auf die Garte. Hier ist irgendwie nichts. Das ist der einzige Händler hier. Kann ich auch mit dem trainieren? Nein. Mit ihm kann ich nicht trainieren. Jetzt muss ich trotzdem mal... Nicht der ganze Himmel ist gegen dich. Nur gerade genug davon, dass du dir Sorgen machen musst. Ja, super. Super, super. Und nochmals super. Müssen wir uns trotzdem mal kurz anschauen. Ich höre hier was. Da oben. Wunderbar. Hatten wir das gelöst? Ah, ich kann hier wieder mein Pferd benutzen. Super. Es ist auch so eine schöne Welt hier. Wirklich, es sieht schön aus. Jetzt mal ohne Mist jetzt. Das ist echt gut. Bis auf die Tatsache, dass ich mit dem Pferd nicht überall lang rennen kann, ist das ganz okay. Aha, da haben wir sogar noch eine Truhe. Nice. Und ich habe nicht so nach rechts und nach links geguckt. Da ist sogar was. Haben wir wieder ein Relikt von Rannagon. Das ist, glaube ich, eins der größeren gewesen. Krieg ich dann sogar noch einen Fähigkeitspunkt. Ah, fett. So. Appala. Was haben wir denn hier in der Truhe drin? Nur Müll, wie sonst auch. Alter, was ist das jetzt? Wow, 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 wow. Okay, gut. Man kann sich relativ schnell besiegen. Okay, so wird es im Thema relativ. Alles ist relativ. Bis so lange, bis man die Dinger eigentlich verschossen hat. Ja, komm schon. Okay, und wieder. Was ist das jetzt? Müsste. Das war ja mal interessant. Cool. Das war die erste Truhe, die, nachdem wir die aufgemacht haben, Gegner angelockt hat. Fett. Oh, Mann. Oh, Mann. Sonst gab es sowas nicht. In den ganzen, ja, in allen möglichen Gebieten konnte ich hier in Ruhe die ganzen Truhen öffnen. Und das können wir noch mitnehmen. Ah, da war noch ein Engel da, der noch was liegen gelassen hat. Ein kleiner, toter Moment. Ist der Stein wieder hier gelegen? Ja, der Stein ist wieder hier. So, sind wir vertroffen. So, wie es sein soll. Was haben wir jetzt hier? Äh, nichts. Okay. Keine Seiten. Auf der anderen Seite waren Relikte und... Na Gott, wie kriege ich jetzt... Man muss dazu wirklich immer an einen Rand direkt hin, damit das Ganze klappt. Gut, hier komme ich jetzt nicht so schnell irgendwo hin. Gut, wir haben jetzt alle singenden Steine. Ich will jetzt trotzdem mal noch wissen, wo es hingeht, wenn ich hier weitergehe. Ah, schade. Hier drinnen kann man nicht reiten. Das wäre cool gewesen. Gut. So, geht's mal nach oben. Wow. Oh, das sah aus. Hätte ich das Ding gerade gedreht, sodass ich runtergefallen wäre. So, okay. Mit Shift. Moment, äh. So, dann schauen wir uns mal hier. Die Richtung. Und wir sind auf Ebene 2. Toll. Hier oben kann man trotzdem noch nicht reiten. Und... Ich höre etwas. Ich weiß nicht, wo es ist, aber... Es ist penetrant genug, um mir auf die Nerven zu gehen. Wo ist denn dieses... Natürlich, war ja klar. Und nochmal, was ich immer... Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Bäm. Okay, einer down. So, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht auszusehen hier runterfalle. Okay. Also dieser... Das ist... Das ist dann wahrscheinlich ganz weit nach oben. Dummerweise kann ich die Kamera nicht... Naja... Wirklich ganz nach oben ziehen. Er ist ja immer ein bisschen eingeschränkt in der... Gebung, oder? Bin ich... Bin ich schon fast oben? Ne, das wird sich noch ein bisschen ziehen hier. Äh... Das könnte sich noch ein bisschen ziehen. Ah, hier kann ich natürlich auch nicht... Ah... Okay, hier war doch irgendwo noch so eine... Nehmen wir noch fix das Ding hier mit. Very nice. Ah, wenn man nur schneller laufen könnte, ey. Das wäre schon mal nett. Zumindest ein Anfang. Das sieht echt schön aus. So, ja. Aber hier war noch was zum Schießen. Oh, Alter. Tja, die Mausempfindlichkeit ist einfach nur... Zu hoch. Sensibility of my mouse is simply too high. Oh, hier ist sogar was. Wo bin ich jetzt eigentlich runtergefallen? Ah, und auf die andere Seite komme ich nicht, weil natürlich niemand hier überhaupt noch... Was machen die ganzen Holzteile hier? Es muss doch irgendjemand sein, der die ganze Zeit hier solche Holzplanken da hinsetzt. Oh, nein, hier hab... Und... Zack. Und nochmal. Hop. Und... Und... Okay, Gegner tot. Er kommt wieder nach unten. Wird mal wieder schön durchstoßen. Und dann kriegst du das Leben aus dem Haus gezogen. Und der ist down. Nice. Haben wir noch frisch gesaved. Jetzt muss ich irgendwie noch auf die andere Seite kommen. Wie schaffe ich das? Ohne, dass mir... Diese Explosivkuche jetzt so viel... Leben wegzieht. Moment mal. Moment mal. Ah, schade. Warte. Okay. Wie kriege ich das jetzt hin? Wie komme ich jetzt auf die andere Seite ohne mir? Mit der Kugel. Großartig. Oh, ja. Ja, wir probieren mal was aus. Ich hoffe, es funktioniert. Ich stelle mich jetzt mal hier relativ mittig. Genau hier hin, um genau zu sein. Ich hoffe, es klappt. Okay. Einen Moment. Ich muss ja mit beiden hier hintergehen. Damit das funktioniert. So. Den. Mit einem gehe ich nämlich dann auf die andere Seite. Und... Hole mir dann... Oh, shit. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Nicht cool. Hoffentlich deaktiviert sich das vielleicht nicht. Boah, ja. Hier muss ich halt ein bisschen weiter ran. Du-di-du-di-du. Fix auf die andere Seite gehen. Oh, es fängt wieder an zu schwummern. Oh, man. Wenigstens das bisschen hätte es mal... Das hätte klappen können. Achso jetzt. Komm schon. Untere Seite. Ah, Mann. Spring doch einfach mal ab hier. Okay. Gut. Jetzt gehen wir ganz rechts vorbei. Jetzt haben wir das Ding. Wir kommen erst mal näher. Sehr schön. Jetzt wechseln wir. Hier. Da liegt nämlich jetzt der ganze Trick dran. Ja. Oh, es fetzt. Okay. Ich hoffe, ich bin wirklich... weit genug weg, dass es noch funktioniert. Okay. Jetzt wird es langsam schwummrig. Gut. Schauen wir mal an. Okay. Es könnte vielleicht sogar sein, dass wir hier standardmäßig hätten weitergehen müssen. Na gut. Ist jetzt auch wurscht. So. Da gehen wir jetzt immer fix die Ebene weiter hoch. Und hier ist nichts versteckt, leider. Na gut. Wieso kann ich nicht... Ich dachte, der fällt jetzt wieder runter. Zum Glück sind hier die Ranken da. Gut. Okay. Es speichert. Und das ist dann mal wieder, äh, unser wunderbarer Zeitpunkt, äh, ja, eine Pause zu machen. Ach so, bis dann. Und ciao, ciao.